Leute, willkommen zu einem XXL Leaks Video, was X-Defined betrifft. Ich habe neue Informationen an der Zahl für euch, für Sachen, die in X-Defined kommen sollen. Leaks im Sinne von, es kommt tatsächlich, wann genau das alles kommt, müssen wir noch abwarten. Einiges davon wird sicherlich schon in Season 1 passieren. Ich blende euch einfach mal ein. Punkt 1, der Prestigemodus kommt in Season 1. Ich habe ausgiebig im letzten X-Defined Video darüber gesprochen. Der Vollständigkeit halber sage ich euch nochmal, dass der kommt. Und ich verrate im letzten Video auch, wie viele Prestige Level es gibt. Genauere Details. Schaut euch das Video einfach nochmal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Es geht ein bisschen länger. Da spreche ich ausgiebig darüber und zeige euch auch, wie die Prestige Badges aussehen und wie viele Level es gibt. Wie gesagt, als zweite Information, das ist eine Änderung, wo ich noch nicht mal so richtig verstehe, warum das überhaupt nicht von Anfang an schon so war. Aber es ist schön, dass es gefixt wird. Die Doppel-XP-Token, die wir aktivieren, egal für Level, Battle Pass, Waffen. Waffen ist wahrscheinlich das Wichtigste für uns alle. Wenn du da 30 Minuten oder wie viele das teilweise sind, aktivierst, dann wurde die Zeit auch runtergezählt, wenn du in der Lobby warst. Sie sollen in Zukunft nur zählen, wenn wir nur im Spiel sind, wenn wir in einer Runde sind. Alles andere wird die Zeit gestoppt. Das ist richtig geil. Ich gehe also auch davon aus, ich aktiviere das jetzt, merke, oh, ich muss mal oder ich mache die Konsole aus, keine Ahnung, spiele erst wieder in ein paar Tagen. Dann zählt das so lange nicht. Du machst den Kasten wieder an und alles ist wieder schön und die Doppel-XP werden dann weitergezählt in der Zeit, wie du zockst. Information Nummer 3 ist Search and Destroy, also Suchen und Zerstören, soll einer der nächsten Modi sein. TDM, also Team Deathmatch, ist auch hoch im Kurs in Season 1. Vielleicht kommen ein paar mehr Modi, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Roadmap war, ob es ein oder vier Modi sind, müssen wir noch mal abwarten, weiß ich nicht genau. Weitere Modi sind natürlich im Plan, jetzt logisch. Punkt Nummer 4, Kopfschüsse werden in den Killfeed in Zukunft dann auch angezeigt. Finde ich eine coole Sache, nichts Wichtiges, aber nice to know. Punkt 5, ein Trophy-System gehört, finde ich, definitiv auch in diesen Shooter rein. Es gibt ganz oft Situationen, wo du Granaten gespammt wirst, gerade für Spielmodi, wo du eine Zone einnimmst, kann das echt absolut nerven. Also ein Trophy-System, keine Ahnung, ob das nur eine Granate abhält oder mehrere Granaten, wie das aussieht, müssen wir abwarten. Finde ich auf jeden Fall cool, dass das kommt. Wir werden Punkt 1, 2, 3, 4, 5, Punkt 6. Ich kann nicht mehr mitzählen, ich bin zu alt für diese Geschichte. MNK-Unterstützung auf Konsole und bevor jetzt alle ausrasten, das ist ja so unfair den Controllerspielern gegenüber. Übrigens alle X-Defined-Leute, die mich nur durch X-Defined kennen, kurze Eigenwerbung in eigener Sache. Ich bin Aim-Controllers-Partner, Paddles, Hall-Effekt-Sticks und so weiter. Alles total toll. Ich bin, wie gesagt, Aim-Controllers-Partner. Wer da Bock hat, sich einen Controller-Custom zu kreieren mit Code Casper10, spart ihr 10%. Eine feine Sache und es gibt immer mal verschiedene Aktionen, wo du auch mal mehr sparen könntest. Es gibt aber mehr dazu, wenn ich mal wieder... Ich kriege übrigens demnächst meinen eigenen Controller mit eigenem Logo und so. Ich bin echt gespannt. Ich habe das Design schon gesehen, es sieht geil aus. Und ich bin gespannt, ob das die Community dann auch so bestellen kann über die Plattform. Das weiß ich aktuell leider auch noch nicht. Aber wenn der kommt, freue ich mich schon drauf. So, jetzt kommen wir aber zum Punkt. Maus- und Keyboard-Unterstützung auf den Konsolen. Du kannst theoretisch eine Maus und ein Keyboard, eine Tastatur an deine Konsole anschließen, kannst X-Defined zocken. Das Positive ist, wer das noch nicht gesehen hat, ich zeige euch das jetzt hier nicht, aber du kannst in den Settings einstellen, ob du gegen Leute spielst, die quasi dieselben Input-Varianten benutzen. Du kannst entweder sagen, ich will nur gegen Controllerspieler spielen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du mit Maus und Tastatur spielst und sagst, du willst nur Controllerspieler. So rum funktioniert das nicht. Du kannst dem System entweder sagen, ich spiele gegen alle Controller und Maus und Tastatur oder nur auf das, was du selber zockst. Du kannst auf der Konsole auch einstellen, ich will nur gegen Leute spielen, die Maus und Tastatur benutzen. Und das gleiche gilt natürlich auch für Controllerspieler. Wenn du jetzt auf dem PC spielst, zum Beispiel mit Controller, kannst du ebenfalls einstellen, dass du nur gegen Leute mit einem Controller auf PC spielst. Richtig geile Sache. Als siebtes eine Abschlusskamera. Extrem wichtig, weil wir wissen, dass das Spiel gerade aktuell, was die Hit-Registration und dem Netcode und so weiter noch nicht perfekt ist. So kann man nochmal genauer schauen, was ist da eigentlich passiert. War das gerade legit, was da passiert ist? Ja, nein, vielleicht Punkt Nummer 8, detaillierte Statistiken in der Kaserne. Es ist nun mal ein COD-lastiges Spiel, Mark Rubin kommt von COD, von lange, lange her. Da wird noch einiges kommen. Mehr Fadenkreuze sind Punkt 9. Mehr Fadenkreuze in verschiedenen Formen und Farben finde ich auch eine richtig feine Sache, eine kleine feine Sache, die dazu gehört, wie ich finde. Und es wird weiter geschrieben, das habe ich jetzt hier nicht mit reingebracht, dass Ubisoft X Defined und so weiter, die sind da dran. Noch mehr geilen Stuff für dieses Spiel zu bringen. Also wie gesagt, die Zukunft von X Defined sieht verdammt rosig aus. Ich habe richtig Bock drauf. Bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Das war es von mir. Tschau. Ich hab mich miträumt zu loses.